Im letzten Video haben wir schon darüber gesprochen, dass Ziele sauber, wohl geformt formuliert werden müssen. Und wie das geht, habe ich da auch schon angedeutet, nämlich dass Sie Ziele smart formulieren müssen. Das sind Abkürzungen und es gibt mehrere Begriffe für diese Abkürzungen. Im Prinzip ist das aber immer gleich, also lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Sie irgendwo mal andere Begriffe finden. Die Begriffe sind relativ simpel. Ziele müssen spezifisch formuliert werden, also eindeutig und möglichst präzise. Da darf es kein links oder rechts noch geben, sondern Sie müssen gucken, ja, haben wir getroffen oder haben wir nicht getroffen. Ziele müssen messbar sein. Ich denke, das ist relativ klar. Da müssen Sie Kennzahlen hinterlegen und müssen gucken, haben wir das erreicht, haben wir das gemacht, haben wir das nicht gemacht. Erreicht ist die dritte Komponente. Das heißt, sie muss erreichbar sein von dem Einzelnen und natürlich auch beeinflussbar sein. Wenn Sie Ziele formulieren, die die einzelne Person nicht erreichen kann oder nicht beeinflussen kann, dann macht das natürlich keinen Sinn und ist absolute Quelle von Frust. Und erreichbar ist sehr ähnlich mit dem nächsten Punkt, nämlich angemessen und realistisch zu sein. Sie können natürlich die Latte sehr, sehr hoch setzen und davon ausgehen, dass die Leute die E nicht überspringen können. Das führt zu Frust. Das muss realistisch sein. Manche, und das erlebe ich immer mal wieder, hängen die Latte aber tendenziell eher tiefer. Also sagen, es ist alles ganz schwierig und das ist alles ganz problematisch. Ich kann das wahrscheinlich nicht erreichen, um dann am Ende des Jahres zu sagen, Mensch, guck mal, ich habe meine Ziele übererfüllt. Also da muss man aufpassen, muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und muss im Zweifelsfall auch einschätzen können, was erzählen einem die Leute hier gerade, wenn wir keine Zielvorgabe machen, sondern wenn wir eine Zielvereinbarung machen. Dass wir also darüber sprechen, was können Sie sich vorstellen, was habe ich mir vorgestellt und dann nähern wir uns dem Ganzen an. Also da Vorsicht, dass die Leute die Ziele nicht zu tief anlegen, um sie dann zu übertreffen, wenn das beispielsweise finanzielle Vorteile hat. Letzter Punkt, Ziele müssen terminiert sein. Das heißt, wir müssen entweder einen Zeitpunkt definieren, zu dem etwas erledigt sein muss oder wir definieren einen Zeitraum innerhalb des nächsten Jahres oder innerhalb der nächsten zwölf Monate. Und mit dem Raum haben wir natürlich automatisch auch einen Zeitpunkt, weil der letzte Zeitpunkt des Zeitraumes ist dann der Zeitpunkt, aber das sei mal dahingestellt. Neben diesen SMART-Kriterien, also spezifisch, messbar, erreichbar, angemessen und terminiert, gibt es noch zwei Dinge, die aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sind. E und R. Sie müssen Ziele evaluaten, evaluieren und sie müssen sie recorden, aufschreiben. Müssen wir natürlich umdrehen, erst müssen wir die Ziele aufschreiben, bevor wir sie evaluieren können. Also sie formulieren Ziele nicht nur SMART, sie formulieren Ziele SMART-R. Wichtig nochmal, ein Ziel, was nicht aufgeschrieben ist, ist für mich kein Ziel. Ziele, die wir jetzt irgendwie so unter uns abstimmen, sind kein Ziel. Sie müssen Ziele schriftlich fixieren, für alle Seiten einsehbar, von allen Seiten quasi unterschrieben, ob sie das dann am Ende machen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Ziele müssen knallhart aufgeschrieben werden. Und dann müssen Sie natürlich, das liegt in der Natur der Sache, am Ende immer auch schauen, evaluieren. Sie müssen die Ziele sich angucken, müssen überlegen, haben wir sie erreicht oder nicht. Also wenn Sie Ziele formulieren, immer dran denken, nicht nur SMART, sondern SMART-R formulieren. Und wie das gehen kann, schauen wir uns in einzelnen Übungen auch nochmal an. Und wie das gehen kann, schauen wir uns in einzelnen Übungen auch nochmal an.